Guten Tag, ich habe mich für die Firma NCT entschieden, für die Kellersanierung, weil sie ausschließlich umweltfreundliche Produkte verwendet. Da ich auch ins Gesundheitswesen komme, bin ich überzeugt, dass das das Richtige ist und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist weit besser wie bei anderen Firmen, die weitaus mehr Chemikalien verwenden und nicht umweltfreundliche Mittel.